... hat sich, äh, auch hier mal wieder getroffen. Das ist eine Sache, ob du das moderat macht. Das möchte man echt mal, äh, erneut. Weil, äh, André, ich zeig mal kurz dein Gesicht, nochmal genau, wie du es so hast. André ist seit drei Jahren hier, und der Kündigib ist aber auch nicht die ganze Zeit über alleine gekommen. Und den Rest erzählst du am besten selber, weil ich vermasse die Sache nur. Äh, das ist ein Risiko, man weiß nicht, was jetzt rauskommt, aber das habe ich dir jetzt mal dafür geblieben. ...tag. Ähm, ja, Caro. Vor drei Jahren haben wir uns ja hier aus der Kündigib kennengelernt. Ich kenne mich jetzt ganz genau. Und, durchs halt sonst immer freundlich zusammengekommen, daher Geschichte, ähm, nichtsdestotrotz, habe ich natürlich entschieden, auch, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte. Und, wenn du mir hier mal den Biss, nein, ist, äh, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.